du bringst sie doch zu mir geh weg von mir wir fahren jetzt erst mal in unser gebiet haben wir nicht wie soll ich denn in unser gebiet fahren ich nein ich nehme jetzt den auf wo ist denn unser haus wo ist unser domizil irgendwann haben wir das du kannst machen was du willst ich vor mir jetzt mein auto hallo wir um sterben ich verarschen wo wohne ich denn jetzt beschießen die mich schon ich habe doch noch gar nichts gemacht man sollte erst mal weg hier ich habe nur noch einen halben stern ich habe ein guter ja so der blinkt schon bringt dann auch schon ne ach heißt das geht weg ja gut dann kann ich jetzt mein auto endlich holen ja jetzt bringt doch sehr gut war einfach mehr drüber auf verbot so und wir betreten warum das denn warum hält warum wendet der hubschrauber ich habe doch gar nichts gemacht das schießt schon auf mich ich habe doch gar nichts gemacht und was in der nähe schon jetzt fehlt mir wieder ein rad das ist total unfair mal aussteigen aussteigen gestiegen was der los da lassen wir treffen aber zusammen kann ich die waffe weg tun also ja jetzt kauft doch blinkende weiße auto auf wird sich verarschen ich glaube ich weiß was hat ist wir sehen in der falschen region ja aber was kann ich denn dafür wenn das auto da ist du hast doch auch geschafft ja da sind wir nur rein autogäufe schnell wieder raus ich will aber dieses auto jetzt haben jetzt bin ich schon wieder gesucht was kostet denn ich habe jetzt gar keinen stern kann ich jetzt nicht auf finden ja ja soll ich noch mal versuchen ganze machen okay ich habe hier eine garage gekauft ja sind unsere immobilien weißt du so ja so ich bin jetzt auch ganz lieb ich klauen auto was schon geparkt ist okay das wollte ich nicht tun eigentlich wollte ein foto haben hast du den erschossen und ich habe den als geisel genommen und auf dem auto geworfen jetzt wird überfahren es tritt blut aus seinem kopf aus das ist aber ärgerlich stand da habe ich gesagt was habe ich denn jetzt hier für ein auto zementmischer oder so ja ich komme hatte oder lässt sich aber schwer lenken das gibt ja was springen oder drüber du homo jetzt ich habe immer noch kein stern warum sind denn jetzt hallo warum ist denn jetzt ja meine dings weg meine dinger sind weg was die der weganzeiger ich habe doch den auftrag angenommen dann wähl nochmal aus oder du das ist wieder in der nähe ich muss jetzt mal den polizisten da überfahren der schießt auf mich ich muss die radios einstellen ich mach die mal aus da steht der ziel auswahl aufheben aber also habe ich das ja noch aber warum ach so weil ich schon in der nähe bin aha respekt zwei man und da fällst du einmal auf dann wirst du nicht mehr verfolgt so irgendwo hier muss jetzt gleich das auto das auto mein weißes auto ist in deiner nähe gewesen gerade es müsste jetzt gleich auf mich zukommen ich habe hier so ein beschissenes auto na ja ja seit zwei cops die mich suchen ey penner ich verstecke mich hier warte der sieht neuer aus ich nehme den bohlenwaren bitte macht mich nicht wieder brennend bitte macht mich nicht brennend jetzt einfach nur dieses auto weg bringen hier aber wahrscheinlich bei meinem glück kommen gleich wieder ja wir machen nächste mal treffen uns gleich und dann holen wir die mal zusammen wir müssen ja nicht unbedingt wieder alles alle angreifen so ja was ist hier oh man ich ahne es schon gleich kommt wieder ein flugzeug hubschrauber und macht mich kaputt oh ja aha friendly fire kaufen kostet 5000 der wtf nein was macht ihr mein auto ist ein bisschen kleiner als sonst ich will nicht mein auto jetzt so viel schaden zufügen weil dann brenne ich nachher wieder ich habe schon 50 überfahrene person ich glaube ich werde nicht mehr gesucht ich habe keine hat man bei polizei suche auch sterne nach unten links hast du so habe ich nicht mehr keine sterne ne polizei abzeichen ja oh ja okay da habe ich noch zwei hoho boah das war geil da bin ich voll cool ausgewichen krass wie weit ist es denn doch ich bin einfach nur was machst du da aber ich bin nicht tot hast du jetzt noch einen halb oder ein der gerade blinkt der verblasst der langsam ja ich glaube da zählt für uns beide ach so ich verstecke ich erzähle das im container jetzt hast du den stern eingesammelt welchen stern jetzt habe ich wieder so einen stern jetzt glaube ich im feindlichen gebiet kann das sein okay dann soll man vielleicht erst die normalen missionen machen jetzt bin ich so weit mit dem auto ja dann holt sie noch holt sie kommt ja ich hab's ja schon ich muss jetzt nur dahin bringen wo es hin soll da macht das doch aber der weg kommt mir so unendlich weit vor jetzt wäre der eine passt so also mr wambule ich will euch ja ich will den porsche haben mein gott heute hier ist er kaputt ich will nur ein auto haben aber wo muss ich dann hin der wtw ist das auto hinbringen zu ihm so eine garage genau aber wo ist sie ach scheiße so schnell wieder auswählen wo ist denn ich bin hier genau auf dem blauen punkt aber warte ich guckte aber auf die karte musst du da irgendwo rein fahren normalerweise musst du in so ein haus rein fahren ja hier ist so eine einfahrt dann fahr da rein ja also so ein parkplatz aber dann bin ich genau auf dem punkt da ist ein blauer punkt geht ja also werde über mein auto drüber scheiße jetzt muss ich hier ein polizisten erschießen es tut mir leid wurde die mission für dich gezählt ja dann würde ich sagen immer die nächste an okay ja okay vor die chaos folge warte ich werde mal während ich herum rase wollen wir uns irgendwo treffen dann sein dass wir sowieso zusammenkommen dann wenn ich drück aua aufträge schutzengel koop auftrag starten ja dann gibt dich zum hauptquartier der sains okay das hört sich mal gut an aber es ist wird ja auch angezeigt oder ich habe gerade gesucht nicht gefunden ach so vielleicht warst du zu weit weg normalerweise wird er doch bestimmt auf der karte angezeigt und ich habe es oder ich habe es nicht gesehen kann natürlich auch sein das passiert ja genau zwei kilometer weit weg ja dann bin ich dafür dass wir uns erstmal die stadt an den nagel reißen und dann die aufträge machen ach so das ist nicht unser hauptquartier oder wie doch hauptquartier der sains so schon da ich bin hier an so einem naja steht immer noch begibt sich zum hauptquartier da müssen wir beide da sein warte doch ich bin hier geht zum penthouse oder ich werde das mitgenommen da wäre natürlich gut geht zur lobby will nämlich verarschen ich bin ein penthouse ok wo bist du war noch ein kilometer aber geht schnell ich habe polizei weil sie auch den weg runter ohne fallschirm ja ich bin drin sehr gut ja oh was macht er ich bin der boss ok beschütze ich dich mal du armer kerl bist schon so gut wie tot ja wir müssen wieder machen wir neben dir übrigens ja aber kriegen wir schon wieder angezeigt worauf verschießen lassen oder ja ich habe gerade schon geschossen das war mir ja einfach nur so jetzt beschützt den begleiter ist hat der begleiter date der leader ja der mit dem grünen feld wir müssen auf die drauf schießen wenn die nicht so nah an unserem sind dann ok weil er schon halb da und ich habe daneben geschossen mit den auge trocken und jetzt sehe ich gar nichts mehr weil wir so doof fahren also wir fliegen so doof ich glaube wir haben versagt ey du hast den ja voll abgeschossen ich habe davor geschossen gescheitert aktivität erneut beginnen du hast den voll abgeschossen pass auf wir schießen erst auf den wenn er dran vorbei ist auf die anderen oder wenn die ganz weit weg sind da hast du gesehen ich habe den verfehlt sehr gut wenn wir so seitlich sind dann dann finde ich das voll schwer auch sauber super schuss hier siehst du so seitlich da sehe ich ja überhaupt nicht ja du kannst dich auch nach rechts drehen ne dann weißt du ach kommen die auch von hinten ich weiß nicht von wo die kommen da jetzt finde ich das total schlimm aber warte warte nicht drauf schießen jetzt dran vorbeifahren lassen ich sehe ja überhaupt nichts das gucke ich mir mal die an oh von der seite kommt einer bam ich bin verbluterlich oh oh warte ach so der fährt da durch okay mehrfach kill oh Mist na der hat man ganz schön weinen weg ne ja cool war ich das? ja wir beide ja ja genau wir beide von dem rechts kommt einer ja ich habe es gesehen aber ja genau es kommen überall hier tausend stück sehr gut sehr gut okay ich glaube die hälfte haben wir fast überall rauchwolken ach ne da ist die fabrik ach wir landen ne? oh 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 Hilfe boah das Scharfschützen wäre geil kann doch zoomen ne? ja mach ich gerade aber ich habe oh krass ist ein auto kaputt geschossen ich? ich glaube schon ich nicht ja aber der macht ja noch nichts von hinten wieder einer bam da kommt wieder einer kommst du klar? ja 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 oh ich muss nachladen mein gott ich glaube so ein auto da brauchen wir vier Schüsse für oder so das sind aber dicke kanonen der läuft da rum wie so ein Irrer welchen level hast du eigentlich? äh wo steht denn das? oben rechts die zahl oben rechts habe ich keine zahl er kommt gleich wenn du schießt oh oh da kommen ganz viele im Moment oh nein ich muss nachladen ich auch sehr gut ich glaube jetzt haben wir den gleich da ist ein auto zwei stück sauber respekt 10 ich glaube jetzt sind wir fertig oben links ist voll ah so das war witzig ja das hat spaß gemacht fortfahren money 2000 yeah dann können wir uns wieder Häuser kaufen da welchen level hast du da? bei respekt? ja 4 ok und du? 5 ja toll morgenstern beziehkskontrolle 2% 82 dollar pro stunde ja hab ich auch sehr gut schutzengel beginnen steht bei mir ach so warte mach mal koop aktivität starten ja ach ne das ist derselbe nochmal warum? ich glaube man kann die mission wahrscheinlich nochmal machen ach so kann man das abbrechen? ja warte ach so hui aber warum soll man das nochmal machen? ja wahrscheinlich wenn du wenn du da Bock drauf hast kannst du wahrscheinlich ein bisschen Geld fahren und so was steht bei mir jetzt wieder ja weg da da ist dieses Fähnchen was da leuchtet ach so lass mal rüber laufen da ist da so ein Geldzeichen ne? wo? ja warte wir gehen mal am besten hierher weil da sind auch rote punkte oh doch der mag uns nicht da laufen wir mal hinterher zu spät hier for sale ich kauf dir mal den pocket shop pickpocket pawn shop ich hab absolut keine ahnung wo du gerade bist dann guck einfach nur auf die karte hi was hast du aber wo ist denn für mich das Geld Ding? ich glaub das kriegen wir beide ja aber bei mir ist es ja ist es bei dir noch angezeigt der dollar? nein bei mir aber echt? ja dann komm mit